Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stephanburian.com Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Wir schreiben das Jahr 2003 oder 2004. Ich glaube, das war 2004. Hier, da habe ich mich beworben in der Warner Bros. Movie World in Bottrop, Cajun. More Action, more fun, more for everyone. Ein amerikanisch geführter Freizeitpark, damals unter der Riege von Six Flags Europe, muss man an der Stelle sogar sagen. Ja, auch das hat es mal in der Geschichte der Freizeitindustrie gegeben. Und der 18-jährige Stefan möchte in dem Freizeitpark seiner Träume arbeiten. Er möchte die Welt der Freizeitparks ganz neu kennenlernen. Stefan ist an dieser Stelle noch recht wild und rebellisch. Oh Gott, das ist richtig cringe jetzt. Und Stefan hat aber zu diesem Zeitpunkt noch, und da mögen wahrscheinlich jetzt viele hinten überfallen, schulterlange schwarze Haare. Und als ich dann beim Casting aufgelaufen bin und meine Dinge da getan habe, die ich da tun sollte. Auch dann nochmal lieben Dank an Mike Christian Schmidt für das pantomimische Darstellen von Platzangst in einem Aufzug. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da denke ich heute noch sehr intensiv dran. Auf jeden Fall hat mir man nach dem Casting gesagt, dass wenn ich genommen werden würde, ich mir natürlich auch die Haare schneiden müsste. Und das war mir zu dem Zeitpunkt vollkommen neu. Warum sollte ich mir denn jetzt die Haare schneiden? Also was hat das denn mit dem Job zu tun? Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Grooming Standards in Berührung gekommen. Das klingt jetzt so, als ob ich die 18 Jahre davor komplett ungewaschen und unrasiert verbracht hätte. Wobei zu dem Zeitpunkt hätte man noch nicht über rasiert sprechen können mit den Flusen am Kinn. Aber Grooming Standards ist eine Sache, die wirklich gerade in amerikanischen Freizeitparks ein absolutes Ding ist. Hier in Europa wird das Ganze, glaube ich, eher legerer gelebt. Und auch aus eigener Erfahrung ist man da ein bisschen offener und ein bisschen diverser unterwegs. Ich möchte aber die Folge mal kurz einmal reinhüpfen. Und zwar gibt es beim Thema Grooming Standards natürlich auch einen großen Player. Nichts ist bekannter als das sogenannte Lookbook von Disney. Und ich habe irgendwo im Internet mal so ein Lookbook mal aufgetrieben von 2014. Und da gibt es einen Satz, den fand ich, oder beziehungsweise einen Blog, den fand ich sehr, sehr gut. Der spiegelt das Thema eigentlich sehr gut wider. Geschrieben steht in dem Lookbook von 2014 der Firma Disney. No matter where you work or what your role is, anytime you are in a public area, you are on stage. Your attitude and performance are direct reflections on the quality of our Disney show. Often, it's the seemingly little things that detract from our guests' enjoyment. Chewing gum, having poor posture, using a cellular phone, also an Handy, or frowning. Of course, smoking and eating on stage are also strictly prohibited. All of this adds up to one of the most important aspects of your role in our show. Good stage presence. Also, kurz zusammengefasst sagt dieser Blog aus, egal wo man arbeitet, egal in welcher Rolle, ihr seid in einer öffentlichen Areal immer on stage. Sobald ihr also durch einen Backstage-Door rausgeht und ihr seid mit den Gästen konfrontiert, seid ihr on stage. Und dein Verhalten und deine Performance sind direkte Widerspiegelung der Qualität der Disney-Show. Und oft sind es halt die kleinen Dinge, die vielleicht die Gäste irritieren können. Das kann sein, dass man Kaugummi kaut, dass man ein bisschen so rumschlackst oder halt, auch das ist leider heutzutage noch viel schlimmer geworden, ein Handy vor den Gästen benutzt. Natürlich ist das Rauchen und das Essen on stage komplett untersagt. Und das kommt zum einem großen Punkt, der halt wichtig ist in dieser Disney-Show, eine gute Stage-Präsenz. Und diese Präsenz wird natürlich ausgemacht vom Verhalten on stage, aber auch vom Aussehen on stage. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie sieht man on stage eigentlich aus. Und heute reden wir nicht über die Körpersprache, das können wir vielleicht an einem anderen Punkt nochmal aufgreifen. Wir wollen uns heute über die Grooming-Standards unterhalten. Und hier ist erstmal natürlich die Frage, Grooming-Standards, wo kommt das eigentlich her? Und nach ein bisschen Recherche konnte man jetzt nicht unbedingt genau einen festen Zeitpunkt ermitteln. Es gibt so verschiedenste Punkte in der Geschichte, vor allem in der amerikanischen Geschichte. Und ein Punkt, der hier oft gefunden wurde, ist, dass es aus dem Militär kommt. Und jeder, der vielleicht schon mal beim Bund gewesen ist, liebe Grüße an die Wehrdienstleistenden oder Zivildienstleistenden da draußen. 1841 hat man im US-Militär, genau gesagt bei der US-Navy, zum allerersten Mal solche Grooming-Standards eingerichtet. Und die Grooming-Standards beziehen sich auf das einheitliche Aussehen von den Soldaten. Hier brauche ich nicht gendern, Soldaten. Und hier geht es halt vom Aussehen nicht nur von der Uniform her, sondern auch von der körperlichen, physischen Erscheinung. Wir sprechen hier über Haare, Bart, Make-up, Hygiene. Und beim Militär ist das natürlich super wichtig, denn gerade zu den früheren Zeiten, wo man halt noch mit viel krasseren, heute mittlerweile verbotenen Kriegsmitteln gearbeitet hat, war es zum Beispiel einfach nicht möglich, hier mal auf eine Gasmaske bezogen, wenn man so einen Vollbart hat und ihr kennt diese Bilder von den alten US-Generälen und US-Soldaten, die mit ihren fancy Schnurrbarten und den buschigen Sideburns, also den langen Koteleten, da irgendwie lang stolziert sind. Wenn man da eine Gasmaske auf hat, dann bringt die nichts. Dann hat man an der Seite einfach so viel Platz, dass man im Endeffekt auch ohne Gasmaske hätte rumlaufen können. Man wollte sich also durch diese Grooming-Standards nicht angreifbar machen. Das Ganze jetzt in die moderne Welt mal transportiert, da kann man jetzt annehmen, hier hat das mit der Hotellerie angefangen, mit den Grooming-Standards. Die haben sich das, ich möchte jetzt nicht sagen, vielleicht beim Militär direkt abgeguckt, dass sie gesagt haben, oh ja, falls wir mal im Hotel eine Gasmaske aufziehen oder, keine Ahnung, auf dem Flak-Turm irgendwie hochkraxeln müssen. Hier ging es eher darum, dass man ein einheitliches Bild generiert. Denn dieses einheitliche Bild hat immer den großen Vorteil, dass man Mitarbeitende sehr schnell erkennt. Natürlich in der Regel immer an der Uniform, aber halt auch an dem äußerlichen Erscheinungsbild. Das heißt also, das Gesamtpaket an der Stelle muss stimmen. Und hier, wie gesagt, war es schwer genau herauszufinden, wo das genau herkommt, wer damit angefangen hat. Wenn das da draußen jemand weiß, gerne mehr Informationen an mich, an die altbekannten Kanäle. Aber hier wird oft davon gesprochen, dass gerade die großen und teuren Ketten damit angefangen haben, das Personal gleich aussehen zu lassen. Und wie gesagt, das persönliche Erscheinungsbild geht über Frisur, Bad, Make-up und Hygiene. Und gerade in unserer Welt von Tourismus- und Leisure-Aktivitäten gehen wir mal stark davon aus, dass Disney damit angefangen hat. Wobei tatsächlich, muss man auch mal positiv erwähnen, Disney ist mittlerweile etwas lockerer geworden. Denn Disney hat in seinem Lookbook unglaublich viel drin, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Mittlerweile ist es, wie gesagt, lockerer. Ich glaube, seit 2021 sind sogar Tattoos in einem gewissen Rahmen erlaubt. Und da denkt man sich jetzt, wow, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Das haben wir in Europa schon länger. An dieser Stelle greife ich nochmal die Frage auf, die ich vielleicht schon halb beantwortet habe. Warum benötigt man sowas? Es geht hier um das einheitliche Erscheinen, das professionelle Auftreten. Ja, wenn ich als Mann mit langen Haaren vor 20 Jahren irgendwo aufgetaucht bin, dann sieht das natürlich erstmal komisch aus, weil Männer haben in der Regel immer kurze Haare, Frauen haben natürlich immer lange Haare, natürlich zum Zopf gebunden, weil alles andere sehe auch viel zu wild aus. Und dann fängt man an, rumzufrieden. Also, das ist jetzt hier komplett so, wie man sich das, ich denke, ich nehme mal an, früher vorgestellt hat. Warum benötigt man sowas natürlich auch? Man repräsentiert eine Marke. Und wenn man die Marke repräsentiert, muss man natürlich auch sagen, okay, wer passt optisch zu der Marke? Und das ist natürlich heute, gerade in Deutschland, mit unserem allgemeinen Gleichstellungsgesetz schwierig, weil man könnte dann hier zum Thema Diskriminierung wieder was reinwerfen. Aber auch dazu kommen wir nochmal später an einer kleinen Seitenrandotiz. Es geht um die First Impression, das heißt, jemand, der gepflegt vor einem steht, macht vielleicht einen professionelleren und autoritären Eindruck, als jemand, der vielleicht komplett unrasiert und, sorry, die Ausdruckweise, der stinkt einfach ohne Ende. Ja, dann sage ich auch als Gast, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück, das ist mir jetzt hier unangenehm. Und ganz wichtig ist natürlich, dass die Grooming Standards auch eine Sache aussagen, A Statement of Who We Are, wer wir sind, was wir tragen, wie wir uns in diesem Auftreten auch verhalten. Was betrifft Grooming? Grooming ist also das Groom Your Body, Grooming, Personal Grooming, ist also wirklich das Rasieren, das Pflegen, das Waschen, Parfüm auftragen. Und hier gibt es verschiedenste Regeln, auch manchmal für verschiedenste Bereiche. Gerade wenn wir über das Thema F&B sprechen, da reden wir auch von HACCP, das heißt also Hygienestandards. Man darf dann zum Beispiel keinen Schmuck tragen, man muss gepflichte Fingernägel haben, man darf auch kein Nagellack tragen, dass das nicht nachher in Kontakt mit Essen nachher kommt. Oder auch in der Technik gibt es bestimmte Regeln oder auch in der Tierpflege, dass man auch hier weniger Unfälle tatsächlich riskiert. Gerade wenn man mit Maschinen tun hat, die sich viel bewegen und drehen und Zahnräder haben und man hat lange Haare, dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, was da passiert. Generell gelten aber diese Grooming Standards erstmal für alle Bereiche ohne Ausnahmen. Man kann hier nochmal für bestimmte Bereiche Sonderdinge vereinbaren, das heißt also ein gewisses Business Attire, ein Auftreten für Vorgesetzte, was natürlich dann anders ist als für die normalen, Anführungszeichen, Aushilfen, die da vorne den Laden schmeißen. Und en Detail geht es hier über Haare, Nägel, Bekleidung, Geruch, Bart, Parfüm. Ich sag's gerne nochmal, wirklich from head to toe und alles, was sich dazwischen befindet. Ich hab mal recherchiert, was es so bei Hotels so gibt und die Hotels Generic Grooming Policy ist einmal beim Haar natürlich, dass es sauber geschnitten und natürlich gekämmt oder arrangiert ist, also dass man eine schöne, nette, arrangierte Frisur hat, was natürlich dann auch einen gewissen Anspruch von Klasse gibt. Facial Hair, also Gesichtsbehaarung, gerade bei Männern natürlich ganz klar, dass man immer frisch rasiert ist, da falle ich in der Regel eigentlich raus, dass man entweder nur einen Bart oder einen Schnurrbart hat, der aber auch gepflegt ist, dass da keine Härchen irgendwo in die Richtung ragen oder Fühler Richtung Himmel, um zu gucken, wie das Wetter gerade ist. Fingernägel, natürlich immer sauber und geschnitten. Fingernägel, auch ganz interessant natürlich, der Atem. Deswegen sollte man in Hotels auch immer darauf achten, was man gerade isst, dass man vielleicht nicht unbedingt Kaffee oder literweise Kaffee trinkt, dass man mit einem Zigarettenatem die Gäste anspricht oder im schlimmsten Fall sogar mit einem Alkohol, mit so einer Alkoholfahne ankommt. Es geht natürlich dann weiter über den Körper, dass man frisch geduscht ist, dass man, und das ist halt auch ein schwieriges Thema, so stand es in einer Hotelpolicy drin, use deodorant, also benutzt Deo, stinkt nicht. Und wenn ihr so einen Fall habt, und ich kann euch versprechen, sowas anzusprechen ist ultra angenehm, weil man möchte ja auch niemandem irgendwas Böses, aber auch das ist oft subjektiv oder kann subjektiv sein, dass jemand irgendwie vielleicht ein bestimmtes Deo hat oder vielleicht auch einen Körpergeruch, der unangenehm ist. Und ich verspreche euch, das wirklich anzusprechen, ist ultra anstrengend. Ich wünsche euch, dass euch das nicht passiert. Aber auch anscheinend gibt es einen Grund, warum man das da reinschreibt. Make-up bei den Damen, dass es dezent benutzt wird und natürlich benutzt wird, dass man also jetzt hier nicht mit Jersey Shore, dicken Augenbrauen da irgendwo ankommt und überall die Make-up-Ränder im Gesicht sieht, wie vielleicht bei dem nächsten US-Präsidenten, leider. Dann gibt es natürlich noch das Thema, wie man riecht, nicht nur mit dem Deodorant, sondern auch mit Parfüm, Cologne oder Aftershave, dass man das natürlich auch spärlich benutzt und nicht zu dick aufträgt. Auch das kennt ihr sicherlich auch aus eurem Freundeskreis, Familienkreis oder einfach, wenn ihr mal draußen vor die Tür geht und vor euch steht einer, der riecht so, als ob er gerade ins Aftershave geplumpst wäre. Ja, das ist unangenehm und kann bei dem Gästekontakt auch für, naja, und Naserümpfen dann sorgen. Und das wollen wir nicht. Warum? Weil die Gäste uns gegenüber natürlich einen angenehmen Aufenthalt haben wollen. Und diesen angenehmen Aufenthalt können wir ja nur gewährleisten, wenn wir auch etwas Angenehmes denen gegenüber setzen. Ja, wenn ich da mit Zigarette im Mund gleichzeitig Kaugummi kauen, mit der Kaffeetasse in der Hand, die Haare stehen zur Berge, mein Hemd ist falsch geknüpft, die Krawatte habe ich mir um die Stirn gebunden und ich rieche wie ein Aschenbecher, dann kommt keiner auf mich zu. Und dann brauche ich mich auch nicht fragen, ja, wir redet ja eh keiner. Ja, das klappt dann natürlich nicht. Wir wollen eine angenehme Atmosphäre schaffen und das schaffen wir durch ein angenehmes Auftreten. Eine Sache gehört natürlich auch noch wichtig zur Uniform, und zwar das Thema Namensschilder. Denn wenn Namensschilder irgendwo in einer Attraktion benutzt werden, sollten die natürlich auch immer sichtbar am äußersten Kleidungsstück getragen werden. Das war immer so mein Ding irgendwie, fand ich, gerade so als Duty-Manager. Ich habe immer sehr darauf geachtet, dass wir die Namensschilder immer sichtbar irgendwo getragen haben und habe auch alle Mitarbeitenden immer darauf angesprochen, wenn es nicht der Fall war. Warum ist das wichtig? Es ist einmal natürlich wichtig, wenn wir Gäste da haben und die Gäste sich auf unsere Mitarbeitenden beziehen möchten, damit wir einen Bezug herstellen können. Nicht, damit wir jemanden anschwärzen können. Klar geht es natürlich vielleicht auch in Beschwerdefällen hier um Problemlösungen. Es geht aber vor allem auch darum, dass wenn mal Lob kommt, dass Lob auch direkt an die Person geäußert werden kann. Weil nichts ist schöner als jemand, der sagt, hey, hör mal, die Gabi da vorne, das war eine super Mitarbeiterin. Und dann kann man das Lob auch direkt weiterleiten. Also hier geht es nicht um Blaming und Shaming, sondern hier geht es tatsächlich um Recognition, jemanden wirklich mal ein Lob auch direkt rübertragen können. Schmuck ist auch mal ganz wichtig. Dezenthal im Office vorgegeben, wie gerade gesagt, gerade im Bereich F&B, also Food & Beverage, alles was mit Gastronomie und Lebensmitteln zu tun hat, kann es natürlich sein, dass man sofort sagt, nöp, kein Schmuck whatsoever, keine Ringe, keine Ketten, Haarnetze natürlich und so weiter. Oder halt auch generell, wenn man sagt da draußen, die Mitarbeitenden dürfen nur wenig Schmuck getragen. Das gleiche gilt übrigens auch für Piercings. Da gibt es auch viele Parks, viele Freizeitattraktionen, die da sehr restriktiv sind. Und ich möchte an der Stelle mal Merlin Entertainments wirklich fett loben, gerade in Deutschland. Die sind da sehr, sehr offen, sehr angenehm und lassen auch die Leute sehr individuell auftreten. Und das, finde ich, macht es dir eigentlich aus, dass das Individuum, also der Mitarbeitende vor mir, sich auch individuell verhalten kann und dadurch seine persönlichen Stärken präsentieren kann. Und wenn der jemanden da vor mir oder die Person vor mir pinke Haare hat, aber cool drauf ist und mir die geilsten Geschichten erzählt, dann ist es doch am Ende des Tages egal, ob sie pinke Haare hat. Es sind immer die Skills, die an der Stelle natürlich entscheiden. Auch wenn man das jetzt hier mit den letzten Punkten, die ich vielleicht gerade genannt habe, eigentlich ganz anders meinte. Natürlich kommt es immer auf die inneren Werte an. Ich denke mal, ihr kennt auch das natürlich. Es kommt aufs Innere an und auf die Performance. Und ich persönlich bin auch eigentlich jemand, der sagt, okay, wenn wir eine Uniform haben, man sollte gescheit aussehen und der Rest ist im Endeffekt egal. Und wenn jemand ein Septum in der Nase trägt oder irgendwie ein Labrett an der Lippe, also so ein Lippenpiercing, dann lass den das doch machen. Wenn er oder diejenige dann auf die Kinder zugeht und denen ist es mittlerweile ja auch egal, was heißt mittlerweile, Kindern ist das total egal. Früher hat man die Kinder immer so als Argumentation genommen. Aber hier in Deutschland würde ich wirklich fest behaupten, ist es den Kindern Schnuppe und Wurst, wie die Leute aussehen, solange die sich korrekt einem gegenüber verhalten. Was es noch zum Thema Grooming gibt, sind natürlich auch so Themen wie Pins oder Buttons. Ja, es gibt viele Freizeitparks, die geben Buttons oder Pin-Trading. PPE, Personal Protection Equipment. Da kommt es natürlich darauf an, wenn ich im Technikbereich arbeite und da sind dann vielleicht Vollbärte irgendwie untersagt, weil wir mit heftigen Maschinen arbeiten oder auch mal so eine Gasmaske tragen müssen, weil wir mit Chemikalien arbeiten, dann ist es da zum Beispiel auch wieder ein Punkt, dass man sagt, okay, aus Gründen der Sicherheit ist das nicht erlaubt. Und jetzt kommen wir zum Punkt, was ich anfangs meinte, warum das diskutabel ist. Warum soll ich mir mein Bart abschneiden, wenn ich in der Mechanik arbeiten möchte, nur für die seiner Aufgabe? Weil meine eigene Sicherheit natürlich immer im Vordergrund steht. Und diese eigene Sicherheit wird dann aber vielleicht durch einen anderen Punkt, zum Beispiel durch etwas Medizinisches oder Religiöses ausgehebelt. Da sind wir nämlich beim allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Und das AGG ist eigentlich an der Stelle sehr genau, denn es geht hier um die Gleichbehandlung von Menschen aller Art, egal von Hautfarbe, Sexualität, Religion, körperlichen oder seelischen Einschränkungen. Da werden alle Menschen gleich gehalten. Und das ist ja auch so als Randnotiz, deswegen, also die Randnotiz zur Randnotiz mit dem AGG, deswegen steht halt auch bei jeder Stellenausschreibung heutzutage MWD dahinter. Weil wenn ich eine Stelle ausschreibe und sage, wir suchen einen Koch oder eine Köchin, da habe ich gut, da habe ich jetzt beide Geschlechter angesprochen oder beide offensichtlichen Geschlechter. Wenn ich jetzt aber sage, ich suche einen Koch, dann könnte sich eine Frau bewerben und könnte dann aber vielleicht sogar klagen und sagen, hey, ich werde hier eigentlich komplett ausgeschlossen. Und deswegen ist man heutzutage da übergegangen zu sagen, okay, Koch, wir nutzen an der Stelle immer das Maskulin und schreiben dann aber dahinter männlich, weiblich, divers, damit jeder meint, dass alle gemeint sind. Man möchte hier keinen ausschließen. Jetzt kommen wir zu der Randnotiz nochmal auf der anderen Seite. Wie kann ich diese Randnotiz vielleicht nicht umgehen, aber vielleicht muss ich die manchmal umgehen. Denn wenn ich für eine Theaterrolle zum Beispiel, ich suche einen männlichen Hauptdarsteller, kann ich das an der Stelle machen. Ich diskriminiere damit keine Frauen, denn diese Rolle ist spezifisch auf die Aufgabe ausgerichtet. Und das ist das, was nachher beim Grooming auch dazu führen kann, dass man sagt, okay, ich diskriminiere nicht, aber ich habe einen vielleicht kulturellen oder künstlerischen Anspruch oder auch einen sicherheitstechnischen Anspruch, dass ich an der Stelle nur gewisse Personen für diese Rolle einsetzen darf. Also ihr seht, Grooming ist ein Riesenthema und da gibt es viele Punkte, die man zu sprechen hat, die man den Leuten mitgeben muss, vor allem gerade bei dem Thema Recruitment und Onboarding. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie setze ich das alles um? Wie erfahren denn alle davon? Und hier gehen wir zu meinem Lieblingsthema, zum Thema Handbücher. Und das Lookbook, was ich vorhin angeschrieben habe, ist ja so diese Parade, das Paradebeispiel eigentlich von Disney. Das ist tausende Jahre alt. Und was ich halt wirklich krass finde, ist, dass wenn man dieses Lookbook öffnet, dann hat man sogar vorgefertigte Frisuren da drin. Und ich meine sogar in den Orlando Parks gibt es parkeigene Friseure, die einen dann sogar bearbeiten. Also man hat hier schon so ein bisschen Militär-Vibe. Und früher war das bei Disney wirklich so. Männer, nur kurze Haare mit den und den und den Frisuren. Frauen, nur lange Haare oder schulterlang. Und wenn, dann halt auch zum Zopf gebunden. Das Ganze wird immer mit Fotos dokumentiert in diesen Handbüchern, in diesen Lookbooks. Es gibt auch MitarbeiterInnen-Handbücher oder Drehbücher, wie das einige Parks auch nennen, wo man das mit implementieren kann. Und auch eigentlich sollte, um den Leuten nochmal vor, also beim Recruiting das schon zu sagen, wenn es so restriktiv ist, aber halt spätestens beim Onboarding zu sagen, hier, das ist dein Handbuch. Bitte schau mal rein. Da sind alle wichtigen Themen zum Thema, oder alle wichtigen Punkte zum Thema Grooming drin. Das heißt, bitte kommt immer frisch rasiert, falls ihr so krass seid, ja. Bitte tragt immer nur diese und jenigen Sachen. Nur schwarze Socken. Also ich kann euch sagen, ganz privat, meine Sockenschublade, die war vor drei Jahren noch voll mit schwarzen Socken. Ich hatte keine einzigen Farben Socken, Farbigen Socken gehabt, weil es einfach anhand der Jobs immer gegeben war, dass man schwarze oder zumindest gemäßigte Socken haben sollte. Mittlerweile ist der Knoten geplatzt. Muss ich sagen. Wie setze ich das um? Die Standards sollten also allen klar sein. Das soll regelmäßig trainiert werden. Es gibt auch viele Freizeitparks, die haben an ihren Backstage-Türen das nochmal dran. Ganz berühmt ist auch immer dieses, ich meine, das war sogar auch Disney und ich kann das auch aus vielen anderen Freizeitparks, dass man an der Backstage-Tür nochmal einen Spiegel hat, dass man sich selber einmal kurz angucken kann und checken kann, yo, alles klar, ich sehe fresh aus und darüber ein großes Smile, you are on stage. Lächle, denn du bist auf der Bühne. Ja, on stage, also der Parkbereich, der öffentlich Zugängliche mit den Gästen und backstage, back of house, da wo wir nur Mitarbeitenden uns aufhalten. Und ich möchte es hier nochmal wirklich ganz explizit sagen, wenn ihr wirklich so restriktive Regeln habt, achtet beim Recruitment drauf, dass ihr diese Dinge schon vorab sagt, weil ihr spart euch dadurch einen riesen Batzen an Arbeit und vor allen Dingen an Zeit, denn plötzlich sagt einer, oh, ich muss mir die Haare aber abrasieren, das möchte ich gar nicht, dann nehme ich den Job gar nicht erst an. Dann habt ihr diese Recruitment-Zeit komplett verballert. Ja, also guckt, dass ihr vor dem Onboarding diese Punkte klar äußert. Und wichtig natürlich auch hier im operativen Tagesgeschäft, wie setze ich das um, durch Vorgesetzte, die das regelmäßig kontrollieren. Und ich bin auch schon mal nach Hause geschickt worden, weil ich keine schwarzen, flachen Halbschuhe hatte. Bin auch schon mal zur Wardrobe, also zur Kostümabteilung geschickt worden, da wo die Uniformausgabe war und musste mich nochmal rasieren, weil ich mit meinem Drei-Tage-Bad nicht hätte auftauchen dürfen. Es gibt sogar krassere Sachen, dass man abgemahnt wird oder einfach nach Hause geschickt wird und bezahlt. Wobei das ist zur Diskussion, ist heute eher nicht mehr so machbar, gerade wenn man Betriebsräte hat, finde ich persönlich auch nicht schlecht. Hier muss man so eine Grenze ziehen, typischen, wie wichtig ist mir das Erlebnis und wie sehr möchte ich eigentlich die individuelle Performance meiner Mitarbeitenden im Park haben. und wir wollen ja, das habe ich ja vorhin schon gemeint, eine gute Performance haben, wir wollen einen schönen Tag haben, das geht natürlich nur, wenn wir ein angenehmes Auftreten haben durch die Grooming-Standards, dass jeder frisch, sauber und gestriegelt zumindest zur Arbeit kommt, vielleicht nicht wie geleckt, aber gestriegelt sollte man schon sein, ja, frisch gekämmt und wohlriechend, aber dann jemanden nach Hause zu schicken, nur weil jemand vielleicht ein Dreitagebart hat, der aber vielleicht an der Stelle vollkommen okay aussieht, ja, und dann fängt man an, Ausnahmen zu machen und dann reißt das Ganze ein und dann muss man wirklich sagen, okay, ist das jetzt hier die Grenze, sage ich, geh zurück, rasier dich und dann darfst du wieder on stage, schicke ich den nach Hause, verliere dadurch Arbeitszeit, verliere dadurch Geld, mach eine schlechte Performance oder aber ich schicke den nach vorne und sage, okay, wir lockern einfach das Ganze komplett auf und gucken, dass wir weiterhin unsere gute Performance draußen machen, ja. Grooming-Standards sollte man auf jeden Fall in einem gewissen Maße, in einem gewissen Rahmen haben, gerade auch bei dem Thema Uniform, ja, was für eine Uniform-Kombination ist erlaubt, wie trage ich meine Kostümteile, wenn man Kostümteile hat, das sollte immer dokumentiert werden, das sollte den Mitarbeitenden vorab gesagt werden, und vor allen Dingen sollte das regelmäßig kontrolliert werden, denn wie gesagt, wenn man das einmal einreißen lässt und das habe ich leider auch oft erlebt, dass TeamleiterInnen oder auch Supervisor unterschiedlicher Handhaber hatten und dann herrscht auch schlechte Stimmung, denn dann sagt man, aber warum darf das Areal so rumlaufen wie Schlunz und wir müssen aber hier morgen wie beim Militär mit kurzer Frisur auftauchen, da ist was schief, ja, da ist irgendwie, da funktioniert etwas nicht. Also, guckt, dass ihr Grooming-Standards habt, guckt, dass ihr die in einem gewissen Maße, in dem ihr das umsetzen möchtet, dann umsetzt und brieft eure Mitarbeitenden durch Handbücher, durch Dokumentation und durch regelmäßiges darauf aufmerksam machen einfach drauf hin und wenn ihr, und das ist auch wirklich super toll, wirklich, wirklich toll, wenn ihr locker damit seid, dann seid weiterhin damit locker. Guckt, dass ihr die Charakterköpfe bekommt, die ihr für das Umsetzen eures Erlebnis benötigt. Und Schlussbremse! Bügel auf! Die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nehmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast-Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenir-Shop unter www.hautofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik, schreibe mir gerne eine Mail an contact.stephanburian.com Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag!